Uff, ich kann das alle! Hast du nen Namen? Neo. Wie alt? 15. Scheiße Digga, dann kommst du dir 30. Gib ihm! Bei wie viel sind wir? Ich weiß. Zwölf! Einfach bisschen mehr Abstand, Herr Bad. Was geht ab, meine Ringlife Gang? Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Heute bin ich begleitet von meinen Kollegen Onur und Islam Kapilaev. Wir sind hier in Stuttgart, wir drehen lebender Boxautomat. Ich habe hier den Körperschutz und das UFC Force Tracker Gerät gesponsert von unserem Partner Kunpon.de. Vielen Dank erstmal für das Gerät. Komm mal ein bisschen näher ran, dass du das anständig siehst. Schau mal, der Schlagkraftmesser ist mit der App verbunden. Wenn ich jetzt hier rein haue, zeigt er mir also meine Schlagkraft. 57 Kilogramm beispielsweise jetzt. Okay, lass mal sehen, ob Stuttgart krasser ist als München. In München war, glaube ich, der härteste Schlag 222 Kilogramm. Also, wir haben schon den ersten am Start. Wie heißt du? Ich heiße Mau, Bruder. Mau? Ja, Mann. Wie alt bist du? 18. Okay, mein Freund. Hast du schon mal Kampfsport gemacht? Ja klar, Bruder. 2-3 Jahre habe ich Meuteil gemacht. Dann habe ich ein bisschen Boxen gemacht, aber jetzt aufgehört. Korrekt. Kennst du das Video, das du in München schon gedreht hast? Ich habe mich übel gefreut. Ich habe dir schon gestern geschrieben. Okay, gib alles. 197 Kilogramm. Schau mal, sieht man das 197 Kilogramm? Der war stabil. Danke, dass du mitgemacht hast. Ich würde dir gerne die Hand geben. Aber geht eben nicht wegen Corona, du weißt. Schau mal, ich sehe hier einen schweren Mann. Willst du nicht draufhauen? Schwerer Mann. Ich sage dir, ein schwerer Mann will auch mal draufhauen. Der Junge wartet schon ewig. Da hat sogar die Mama vorhin gesagt, ob er draufhauen darf. Okay mein Freund, stell dich vor. Ich bin Achmed, Tschetschener und 18 Jahre alt. 18 Jahre alt, Achmed, Tschetschener. Kampfsport? Ja, oft. Also, was heißt auch? Ja, oft. Nein, nein. Ähm. Ey, wie lange machst du Kampfsport? Ja, oft. Wie lange? Ähm, acht Jahre, neun Jahre. Was machst du? Kickboxen. Grappling. Acht Jahre Kickboxen, Grappling. Bitte nicht verletzen. In dem weißen Kreis. Alles, was du hast. Drei, zwei, eins, gib ihm. 185 Kilogramm. Der war stabil. Wisst ihr, was er gut gemacht hat? Schau mal, er hat schön Hüfte reingedreht, ja, Oberkörper reingelegt, kurzer, saftiger, trockener Schlag. Wie viel wiegst du? Ähm, 58, 60. Also, wenn man jetzt Pound-for-Pound angeht, also was Gewicht angeht, hat er den härtesten Schlag bis jetzt. Weil der hat auf 58 Kilogramm Körpergewicht 185 Kilogramm Schlagkraft aufgebracht. Topfst du das? Ich weiß nicht. Versuch. Nein, du musst sagen Ja. Sag Ja, ich kann das. Ja, ich kann das. Bisschen lauter. Ich kann das, alle. Noch ein bisschen lauter. Kann Stuttgart, musst du dich hören. Ich kann das, alle. Drei, zwei, eins, gib ihm. 182. Ei, 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 ei. Ich bin gespannt da drauf als in München. Ich weiß nicht, was in München los war. Die hatten irgendwie schlechte Laune. Du warst Nummer drei. Okay. Wie heißt du? Adam. Adam. Wie alt bist du? 24. 24. Sport? 0. 0. Gar nichts. 3, 2, 1. Gib alles. 144. Wow, scheiße. Muss ein bisschen mehr Technik reinhauen. Komm. Okay. Nochmal. 1, 2, 3. Gib alles. 147. Er hat sich um drei Kilogramm gesteigert. Nochmal, bis du es nicht schaffst dich zu steigern. Und auf geht's. 182 Kilogramm. Jetzt hat er fast 30 Kilogramm draufgelegt. Wie sieht's aus? Machst du alles oder nichts? Entweder mehr oder Liegestütze. Push-ups. Mehr. Oder Faust. Oder Faust im Bauch. Wenn du nicht mehr machst, darf er dir eine Faust in den Bauch geben. Okay. Alles oder nichts. Er pokert. Gib ihm. 158 Flop. Honor. Komm ran. Körpertreffer. Jetzt bist du der lebende Boxautomat. Wie viel Prozent? Wie viel Prozent? Wie viel Prozent? Wie hart? 50 Prozent? Schau mal an. Okay. Spann an. Ausatmen. Ausatmen. Atmen. Atmen. Nicht atmen vergessen. Hat er geschmeckt? War lecker, oder? Ei, 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 ei. Ja, Bruder, aber schau mal. Nur 50 Prozent. Aber hast du gut gemacht? Ey. Alles gut? Brauchst du Wasser? Super. Bitte nicht umkippen. Bitte nicht umkippen. Der ist stabil. Der sieht stabil aus. Ich mach kurz Interview mit dem. Mein Freund, wie heißt du? Julian Bra. Julian Bra. Ist das dein Nachname, Bra? Nein, nein. Ich heiß nur Julian. Wie alt bist du? Ey, ich bin 17. 17 Jahre alt. Stabil. Tanktop. Bauchtasche. Der sieht auf jeden Fall kriminell aus, der Junge. Der tickt. Das weiß ich jetzt schon. Der ist mein Bruder. Das ist kleiner Bruder oder großer? 1,90 groß. Wie heißt du? Neo. Auch Bra. Ja. Also, Kampfsport-Erfahrung? Ein bisschen. Was hast du gemacht? Ich hab ein bisschen geboxt. Zwei Jahre. Zwei Jahre geboxt. Wie alt bist du? 17, 16 hast du gesagt. Was wiegst du? Ich wieg 86. 86 Kilogramm. Also, ich erwarte von dir ein Minimum mit 200 Kilogramm Schlagkraft. 200 Kilogramm. Mach dich bereit. Drei. Zwei. Eins. 150. Okay, noch ein. Noch ein. 150. Nochmal. Saftiger. Kurz. Kurz und knackig draufhauen und dann wieder weg. Mach dich bereit. Topst du jetzt 150? Ja, normal. Was passiert, wenn nicht? Ich topse. Drei. Zwei. Eins. 182. Hast getoppt. Du kriegst nochmal eine Chance. Sonst, wenn du es schaffst nochmal zu toppen, darfst du nochmal. Okay. Bis du es nicht mehr schaffst. Welcher Kollege hat es vorhin drauf gehauen? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Der hinten. 198 hast du gemacht, ne? 198 musst du toppen. Okay. Aber der wiegt auch ein paar Kilo mehr als du. Das kann man auch. Mach nicht mehr damit. Okay. Mach mal einen kurzen rechten Haken. Okay. Mach dich bereit. Warte. Drei. Zwei. Eins. 142. Der war weniger. Okay, mein Freund. Aber nichtsdestotrotz hast du stabil 180 Kilo oder irgendwas gemacht, ne? War sehr gut. Ganz schön heiß, Freunde. Heute sind es was? Wie viel Grad sind es heute? 70 plus minus, oder? 35. 35. Ich habe mir auf jeden Fall den besten Tag ausgesucht. Am Ende klappe ich noch um wie in München. Warte. Wir brauchen... Digga, Digga, Digga. Der Kollege umgeklappt ist, aber wegen Hitze. Der andere Brr, muss auch nochmal. Nochmal für die Kamera. Der gut aussehende große Mann im schwarzen Tanktop. Hast du einen Namen? Neu. Wie alt? 15. Scheiße, Digga, dann kommst du dir 30. Das ist Mike. Kannst du boxen? Zwei Jahre boxen. Das hast du drauf? Ja. Mach dich bereit. Drei, zwei, eins, gib ihm. 183 Kilogramm hat der kleine Bruder von ihm rausgehauen. Du hast gesagt, dein Bruder schlägt härter als du, ne? 183 Kilogramm, toppst du das? Ja, ich glaube schon. Wenn du nicht hopfst, darf er dir aber ohne Körperschutz eine reinhauen. Nein, nein, nein. Wenn du nicht schaffst, machst du 20 Liegestütze. Okay, das ist Ansage. Wenn du es schaffst, dann darfst du nochmal. Wenn du es nicht schaffst, 20 Liegestütze. Auf dem Fleck. Bereit machen. Drei, zwei, eins, gib ihm. 171, er hat es nicht geschafft. 20 Liegestütze. Alle zählen mit. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und jetzt mit Klatschen. Acht. Neun. Zehn. Der Boden ist heiß, oder? Ja, Mann. Ah, Mann. Bestimmt voll angenehm, gerade Liegestütze zu machen bei den Temperaturen. Okay, mein Freund, hast du es gut gemacht? Nein, du hast es nicht geschafft zu toppen. Ich will jetzt noch einmal versuchen zu toppen. Wenn du es nicht schaffst, 30 Liegestütze. Nein. Alles oder nichts. Alles oder nichts. Okay, ich versuche es ja nach 30. Alles oder nichts, er hat gesagt. 30 Liegestütze, wenn er es nicht schafft zu toppen. 183 Kilogramm war sein erster Schlag. Leg los, mein Freund. Gib ihm. 153. 30 Liegestütze, auf geht's. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Uff, die Luft geht weg. Die Luft ist raus. Die Luft ist raus. 13. 14. 15. Okay. Kommt 20 und dann machen wir Ende. 16. 17. Kämpfe Stuttgart, mach Stuttgart stolz. 18. Rapputgart. Auf geht's Stuttgart. 19. 20. Ja, Mann, ja, Mann. Ja, Maschine. Maschine, ey, gib ihm Applaus. Der junge Mann hat gerade 40 Liegestütze an Ort und Stelle gemacht. Warte mal, warte mal. Ich habe zu ihm gesagt, er macht und danach machst du danach, okay? Wie heißt du, mein Freund? Ich heiße Laurent, Bruder. Laurent? Ja, Mann. Laurent oder Laurent? Laurent mit T. Laurent. Wie alt bist du? Ich bin 18. Okay, komm rein, mein Freund. Danke. Wir haben einen neuen Herausforderer. 198 ist aktuell der Stuttgarter Rekord. Okay. 222 ist der Münchner Rekord. 222. 222. Du weißt, du musst die Ehre deiner Stadt verteidigen. Ja, sowieso. Kampfsport Erfahrung? Ja. Wie viel? 2,5 Jahre. Also, Laurent, gib Gas. 3, 2, 1. 171 Kilogramm mit einem schönen, saftigen, knackigen, trockenen Schlag. Freunde, das sind meistens die Knockout-Schläge. Kurz, knackig, aus der Hüfte raus, schön in die Leber zum Beispiel rein. Das sind die Schläge, die wehtun. 171 Kilogramm, saftiger, saftiger Anfang. Ich mach besser. Du machst besser. Was wiegst du, 70 Kilogramm? Ja, 70. Fast gut und gerne. Also, mach mal dreifache Körpergewicht. 200 plus Kilogramm will ich von dir sehen. 200? 200 plus. 170 irgendwas Kilogramm war sein Rekord. Gib alles. 3, 2, 1. Der war schlecht. 199, Digga, der war gar nicht schlecht. Neuer Rekord, neuer Stuttgarter Rekord. Kurzen Applaus. Kurzen Applaus für die Lauren. Kurzen Applaus. Ja, 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 ja. Gut gemacht. 199 Kilo muss man erstmal schaffen. Bitte? Was schlägst du? Ich schaffe ungefähr 700. Genau. Mach mal ne Wette. Okay. Du machst auch 20 Kilogramm Stütze, wenn du nicht drüber schaffst. Ja, klar. Aber Kniebeuge ist langweilig. Kniebeuge ist... Ja, genau. Keiner will deinen Arsch nehmen. Ja, genau. Disco pumpen, 20 Siegestütze, wenn du es nicht schaffst. Gerne. Gib alles. 199 Kilogramm muss er toppen. 3, 2, 1. Gib ihm. 185 Kilogramm. 185 Kilogramm. Ist nah dran. 20, gell? Bitte? 20, ja. Aber saubere. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 8, 7, 9, 10, 11. Bei wie viel sind wir? Ich weiß nicht. 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Er macht gleich weiter. Er hat Bock auf mehr. Lauren, stabil gemacht. Danke, danke. Herzlichen Glückwunsch für den Rekord. Du bist aktueller Rekordhalter im Stuttgarter Ringlife Boxen. Haben wir auch einen Deutschen hier? Hier. Da ist ein Deutscher. Schau mal, ey, in Deutschland gibt es tatsächlich auch noch Deutsche. Man hätte es nicht gedacht, ne? Wie heißt du mein Freund? Thomas. Der Thomas, wie alt bist du? 31. 31 Jahre alt, der Thomas. Kampfsporterfahrung? So ein Jahr Thai-Boxen mehr oder weniger. Ein Jahr Thai-Boxen. Auf mein Signal. 3, 2, 1. 161 Kilogramm. Die deutsche Eiche hat 161 Kilogramm vorgelegt. 199 musst du toppen. Komm, mach mal die Ausländer nass hier. Schau mal, du bist der einzige Deutsche weit und breit. Überall nur Ausländer. Zeig mal, wo die hier sind. Versuch's. Kurz und trocken. Richtig reinballern. Mit dem ganzen Gewicht. Ausatmen dabei. 3, 2, 1. 179. Nochmal. Topfst du 179? Okay, aber ich schwitze zu sehr. Mein Schweiß geht durch die Augenbrauen in meine Augen rein und brennt. Wir brauchen eine Challenge. Was macht er? Wenn du es nicht schaffst, 179 zu toppen, darf dir der Beton in den Körper schlagen. Aber easy. Kein Knockout. Alles klar, geht klar. Er hat sich dafür bereit erklärt. 179 Kilogramm muss er toppen, sonst kriegt er selber einen Körpertreffer ab. Bereit machen. 3, 2, 1. 181 Kilogramm. Er hat sich gut gerettet. Okay, Freunde. Pokern wir alles oder nichts oder willst du an dieser Stelle mit 181 Kilogramm aufhören? Noch einmal. Alles oder nichts? Gute Einstellung. Okay, 181 Kilogramm. Das musst du jetzt nochmal toppen. Mein Freund, mach dich bereit. Das ist deine Gelegenheit vor den ganzen Kanacken hier zu scheinen. 3, 2, 1. 182 Kilogramm. Der hat nur um ein Kilo wieder überboten. Pokerst du hoch oder hörst du auf? War auch noch einmal. Vor diesem wunderschönen Hintergrund wagt sich der Thomas jetzt an die große Aufgabe, 182 Kilogramm zu übertrumpfen. Bereit machen, mein Freund? Nochmal deine letzte Chance. 3, 2, 1. Gib ihm. 131 Kilogramm. Der letzte Schlag war nicht. Okay, du weißt, wie es läuft. Wir haben gesagt, die Challenge ist, du kassierst einen Körpertreffer vom Beton. Kurz anspannen. Bei dir vielleicht, was weiß ich, 50%. Okay, 50% darf Beton geben. Bitte nicht zu weit in den Solarplexus. Uh, war gut. Wie hat es sich angefühlt? Hat geschmeckt? Geht. Köftespieß bei Khatar schmeckt besser, glaube ich. Okay, mein Freund. Ich bedanke mich herzlich bei dir. Schön, dass du auch mal die deutsche Nationalität in unseren Videos vertrittst. Es gibt tatsächlich noch Deutsche in Deutschland, Freunde. Alles klar, mein Freund. Wie heißt du? Emirhan. Emirhan. Wie alt bist du? 14. Lauter ein bisschen? 14. Bereit machen. 3, 2, 1. 199. Ah, das kann... Irgendwas. Wo hat er getroffen? Ja, im letzten Video ist auch so ein 15-Jähriger gekommen, schlägt auf einmal 219 oder so. Irgendwie macht alle anderen nach. Hä? Ich mache mehr. Du machst... Jetzt schau... Schau, die fühlt sich immer gleich herausgefordert, wenn so ein Junge kommt und härter schlägt als die. 199 Kilogramm muss er jetzt toppen. Schauen wir mal, ob das nur ein Lucky Punch war oder ob der Bruder wirklich nur eine harte Faust hat. 199 war bis jetzt aber Rekord, oder? Oder war das Gleichstand? Rekord. 198 war Rekord vorher, oder? Der Kleine hat den neuen Rekord in Stuttgart aufgestellt. Aber jetzt muss man 200 toppen. Bereit machen. Drei, zwei, eins. 151. War ein stabiler Schlag. Nichtsdestotrotz, aber doch nicht die 199. Vielleicht hat er gut getroffen. Vielleicht war das einfach die Nervosität, die ihn dazu verholfen hat, so hart zu schlagen, wie es geht. Aber stabil, gefällt mir. Hast du gut gemacht. In ein, zwei Jahren treffen wir uns hier wieder und dann machst du 250. Okay. Geht klar. Ich heiß Mehmet, ich komme aus Reutlingen. Mehmet aus Reutlingen, wie alt bist du? 28. 28 Jahre alt, Kampfsport-Erfahrung? Nein, gar nicht. Wirklich nicht. Warte, Mikrofon ist weg. 27 Jahre Boxen, hat er gesagt. Okay, mein Volk. Ich hoffe, dass ich auf irgendwie 170 komme. Nochmal? Ich hoffe, dass ich irgendwie auf 170 komme. Bescheiden. Bescheiden hat es immer gut. Schaffst du safe. Ich glaube an dich. Gib alles. 3, 2, 1. 191. Oder schaut mal Freunde, so muss das sein. Ja, ihr seid bescheiden. Ihr sagt, ihr könnt nichts. Ihr habt nichts drauf. Kein Kampfsport, gar nichts. Ich schaffe vielleicht 160 oder sowas. Und jetzt toppt er einfach 191. Darf ich nochmal? Gib alles. 3, 2, 1. Gib ihm. 132. Hast du anders getroffen? Darf ich noch einmal? Nächste Chance. Okay, warte. Wir machen Schere, Stein, Papier. Wenn ich verliere, darfst du nochmal. Wenn ich verliere? Dann darfst du nicht. Okay, okay. Aber ich nehme Schere. Du nimm Schere? Ich nehme Schere. Ich nehme Schere. Okay, du nimm Schere. Auf Ehre, ich nehme Schere. Ich nehme Schere. Okay. Es ist kein Spaß, ich nehme Schere. Okay, ich glaube nicht. Er glaubt mir nicht. Ich glaub dir, doch. Du glaubst mir nicht. Ich auch. Weil du eine Glatze hast, glaub ich dir. Weil ich eine Glatze hab, glaubt er, dass ich ein Ehrenmann bin und ich mich dranhalte. Okay, komm, Schere, Stein, Papier. Ich nehme Schere. Schere, Stein, Papier. Ah, nein! Freunde, ey, vertraut niemals der Glatze. Mach mal so. Mach mal so. Danke, dass du mitgemacht hast, mein Freund. Akku ist gleich leer, aber wir müssen noch mal kurz schauen, ob der Islam den Stuttgarter-Rekord jetzt knackt oder nicht. Okay, mein Freund. Islam. Leg mal los, zeig mal den Stuttgartern Jungs, wie es geht. Kippi. Haken, kurzer. 204 Kilogramm. Okay, Freunde. An dieser Stelle ist das Video zu Ende. Nicht vergessen, Daumen hoch drücken, Kanal abonnieren, Kommentar hinterlassen. Kurzer Applaus für Stuttgart. Freunde, macht mal Applaus. Aber man muss sagen, das stimmt. Städteduell. Das Städteduell hat Stuttgart verloren. München war leider stabiler als Stuttgart. Wohin gehen wir als nächstes? Schreibt es in die Kommentare. Und dann komme ich demnächst in eure Stadt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, Freunde. Pass alle auf euch auf. Bleibt gesund. Haut rein. Ciao, ciao.